Hallo ihr Liebenden, willkommen mal wieder, bin ich drauf, ja, in WoW hätte ich fast gesagt, in LoL und ihr seht mal wieder Kingsplay LP, eine seltene Präsenz in letzter Zeit, aber ich habe ja, wie ihr wisst, auf, wie heißt das, Silber spielen wollen, wie gesagt, von Silber auf Gold, Abos Account, weil, hatte ja auch Lust drauf, war mir jetzt nochmal so ein Ziel. Und jetzt haben wir es geschafft, ich habe es nicht aufgenommen, muss ich zu meiner Verteidigung oder Nicht-Verteidigung wie auch immer sagen, warum, weil, weil nein, weil ich ruhig spielen wollte und es schaffen wollte, sagen wir es einfach mal so, ich wollte es einfach schaffen, ich sehe gerade Twitch ist in der Mitte als Gegner, okay, nun gut. Und, also Ados Account ist jetzt auch auf Gold und Gold, da lasse ich ihn hängen, da wird nicht weitergespielt, gleich vorab, weil Safe is Safe, Season End ist am 10. November, von daher möchte ich jetzt kein Risiko mehr eingehen und, ja, was soll ich noch groß sagen, ne, ist so GG, wir haben es geschafft, wir haben jetzt auf Gold 0 Punkte, ich meine, er hat ein gutes MMR, weil pro Sieg gab es nachher schon einiges an Punkten, ich glaube 22, 23 Punkte zum Schluss, aber, äh, man muss es nicht ausreizen, so sehe ich es, ne. Ansonsten, äh, jetzt mal ein Platin-Match, weil ich habe 88 Punkte in Platin 5 und werde daher jetzt nochmal ein bisschen spielen und nicht noch wieder, bis er sagt, äh, ihr müsst mal ein Spiel spielen, äh, ihr kennt ja diese ganzen, äh, Ansagen, wie gesagt, die, 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 die Anzeigen. Ich gehe noch nicht back für ein Item, weiß noch nicht, vielleicht noch nicht ganz so gut, aber. Oh, lol. So, zack, habe ich die kleinen mit dem Zwerg, ihn wieder gestunt, zack, zack, putz, nehme ich die nächsten auch noch, aber komm, können wir mal. Machen wir übrigens vielleicht Level 4 mit Glück und ich mache mal einfach eine andere Rotation als sonst, kack drauf, das Platin sollte vielleicht ordentlicher spielen. Andernmal, nicht heute. Ich probiere es mal einfach anders, wenn jetzt Warwick gleich kommt, ja, dann GG. Dann war es ein Versuch wert. Aber, wir haben jetzt nämlich gleich, äh, so habe ich jetzt mal einfach gedacht, werde ich nämlich gleich zurückgehen, äh, nach dem Grompier. Und dann sollte ich vielleicht genug Gold haben für das erste Jungle-Item. Oh, 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 Top-Lehnen. Ah. Gehen wir mal weg, Warwick ist Level 3, ich Level 4,5. Ja gut, dann ist er auch nicht mehr weit entfernt, aber so langsam wie der ebenfalls ist wie ich. Das heißt, er geht auch einen anderen Weg. Ist nicht verkehrt, das ist so erstmal Schuhe. Denn was auch zu erwähnen ist, ich bin hier mit dem Account ja jetzt, also mit dem Account, mit meinem, äh, mit meinem Account, äh. Warwick kommt mit. Schreiben wir mal einfach mal, beziehungsweise der holt sich da wahrscheinlich die Kröte. Gehe ich mal hin, ohne fällig hingucken, aber Twitch ist noch ein bisschen ahead. Erstes Blut, Blitzcrank. Nice. Ja, ja. Ich gehe ja schon. Ja, Twitch ist ja auch noch irgendwo. Gut, lassen wir mal sein. Äh, ja, ist halt plat. Ich muss mich auch mal wieder dran gewöhnen, was hier so abgeht, abgehen kann und wird. Oh, 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 oh. Diana, Diana, geh nach hinten, hol den Schild. Oh, das war jetzt nicht knapp. No cooldown bot, okay. After Gromp. So, dass ich dann Level 5 bin. Oder, warte, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Oh, Alter, was ist da unten los? Lol. Schafft ihr das? Schafft ihr das? Ach, schafft die nicht. Schade. Na, möchte die da jetzt hinposen und nochmal gucken, ob... Ah, da ist doch schon wer gewesen. Ah, der Kack-Minion eh. Ah, da unten ist noch... Blitz ist noch da, da unten geht noch was ab. Wo bin ich jetzt hingeblieben? Ja, nee, so ist das. Also der aktuelle Stand dadurch, dass die Season ja auch vorbei ist. Wird LOL auch mal ein bisschen reduziert, um einfach mal ein bisschen Pause zu machen. WoW und auch endlich wieder mal Solo-Projekte. Ein wenig mehr. Da habe ich so diverse Spiele, wo man Nazi hackt. Ähm, ich verrate noch nichts. Das ist keine große Auswahl, die man hätte, wenn man sagt, okay, wir, wir, wir... Tipp, snipen ein paar Nazis. Aufgrund der aktuellen Situation. Überhaupt. Ähm, da brauche ich aber noch ein bisschen Equipment zu, damit es auch mit Facecam gut passt. Das, äh, kommt noch. Ist in der Arbeit. Und, muss ich dazu sagen, das Video haue ich jetzt nochmal raus. An meinem letzten Tag. Also jetzt, ich nehme es jetzt Sonntag auf. Ich gebe es morgen, Montag. Mache ich es einfach mal raus, glaube ich, ja. Ähm, das wäre dann auch erstmal mein letzter Arbeitstag für knapp zwei Wochen. Also dann mache ich jetzt mal Pause. Ähm, bin halbwegs da. Auch nicht, muss ich mal gucken. Äh. Voll weg. GG. G, schafft. Und, putz. Naja. Äh, das ist so jetzt der Stand, dass ihr mal wisst. Hm, LOL, wir müssen reduziert. Nicht böse sein. Ich werde mich vielleicht auf eher konzentrieren, weniger LOL-Spiele. Dafür, äh, vielleicht mehr Guides oder sowas rauszubringen. Dass ich mich da auch konzentriere. Äh, dass ich mich in der Zeit jetzt einfach mal am Schneiden ein bisschen übe und so weiter. Ähm. Gar keine schlechte Idee. Eigentlich. Ah, der Twitch geht weg. Alles gut. Äh, gehe ich mal zum Grompher, zum Red Buff. Und dann müsste ich auch back, weil ich, ah, nicht ganz. Meine. Meine Klinger, jetzt habe ich schon zerspendet zu früh gemacht, aber einfach nur, um ein bisschen Leben und so weiter zu haben. Zack. Die anderen greifen mich nicht an, ob das wieder verbuggt wird oder was. In letzter Zeit habe ich recht, recht viele Bugs. Die brauchen Hilfe-Bot-Lehden. Ja, Moment. Ist nicht so schlecht. Die sind Level 6, die anderen. Okay. Ich komme mal. Mal gucken. 2, 1 steht für uns. Achso, äh. Entschuldigung. Ich habe es jetzt so runtergerattert. Alles müssen erzielt. Ich bin nicht alleine im TS. Also falls der Bro-Hunter, kennt er ja. Ja, ganzen, 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 ganzen Silber-Braveries. Ist jetzt auch passiv mit dabei. Hallo. Ähm, Jinx, Sengs, Jungler. Ähm, Jinx, Sengs, Jungler. Ich versuche mich hier mal hart rein in der Bot-Lean. Hätten wir auch Kill gekriegt. Alter, Sengs, ja, Free Drake. Ich meine, hallo? On my way? Oh, halt ihn auf, halt ihn auf. Ach, shit, da hat er mich doch noch erwischt. Naja, GG. Doch noch ausgebetet. Habt ihr gesehen? Ganz, ganz knapp noch mein Coup? Oh, Blitzkrank hat gezogen. Dann noch mein Coup? Can't win. Two versus two against a gold. Achso, die anderen beiden. Ja, die Bot-Lean flamet und tut und macht. Hast ihr gesehen? Äh, Jinx, Jungler. Jinx, Jinx, äh. Aber ihr seht, sie kommen ja aus dem Arsch. Ich meine, Braum, Blitzkrank ist nicht miese. Komm, ohne Tristana, kaum triffst du, sind sie weg. Okay, ne? Alles kein Ding. Aber dann sagen wir, Jinx, Jungler. Ohne Mana. Gerade mal Mana für ein Ulti, dann aber kein Coup. Was ist denn Master Yi ohne diese Kombination wert? Komm mal ganken. Ja. Das ist so... Das ist so... Das ist die Top-Lane weg. Aber dafür haben wir einen Drake bekommen. Das ist es ja. So wie es gekommen ist, ist doch gut. Wir haben die tatsächlich gebaitet. Warwick war ein bisschen greedy. Der wollte zu viel. Ist ja nicht schlecht. Weiß man, dass er es machen möchte. Für die nächsten Runden. Und... Kills gekriegt. Drake gekriegt. Ah, scheiße. Warwick ist zu krass. Gut, war ein Test. Was hat Warwick an Items, Alter? Ach, den Verschlinger hat er auch. Na ja, gut. Logisch. Hätte ich nicht anders gemacht. Gut, gut. Wir haben nur zu wenig Damage. Erhalte sich zu doll. Oh, war ein Test. Mein Gott. Geh, tu sie, geh. Und? Vielleicht hätte ich mir aufgehoben. Dafür. Passiert. Teamfight. Nicht die Glanzleistung. Warwick, nur Ult. Ult in 30. Nur, dass er es weiß. Oder doch mein Handy. Bloß mal habe ich nie mehr ausgemacht. Weil... Ach, sieh, das kann ich auch ganz, ganz, ganz stolz sagen. Ich habe Playstation 1-Emulator und so weiter. Für... Ähm, wie heißt das? Wie heißt das jetzt? Für die Playstation 1 genutzt. Und kann jetzt Final Fantasy darauf zocken. Mit dem Handy ist mir nicht ein bisschen... Ich bin eigentlich stolz drauf, aber ich finde es schon geil. Ich komme. So, hätten wir. Ich brauche halt unbedingt Minions, wie gesagt. Und unbedingt Mobs. Gegen meinen Verschlinger. Wie viele Stacks hast du schon? Eieiei, gerade mal fünf. Ja, für den Drake. Nee. Ich überlege gerade... Eigentlich müsste ich tatsächlich mehr haben. Ah, es juckt. Ich gehe nochmal back. Ah, 200 Gold noch knapp. Kann ich wunderschön ganken. Wunderschön ganken. Bot lane fehlt. Gangplank drockt aber auch ein 80 Grad. Der hat Riesenschwert und Glanz. Der möchte. Der möchte ficken. Ich meine, dafür muss ich auch mal dazu erwähnen. Im Ladebildschirm war, dass die... Die Jinx. Diamant. Oder war. Letztes hieß ein Diamant. War. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin ja auch nicht immer... Man hat ja auch mal ein Scheißmatch. Ne, wissen wir ja. Ist so, kann man nicht ändern. Geh, tue sie, geh. Aber... Was die sich hier schon manchmal leistet. Na, Blitz. Ich warte mal noch. Die haben gewordet, ne? Ei, ist gewordet. Der sieht mich ja kommen. Ist kein Wort. Okay, dann haben wir den. Alles klar. Ich bin ja schon, dass noch keiner fliehen. Öh, komm mal gegen. Na gut. Dings. Ich habe nur schon mehr Finkfang, aber. Das ist mir hier mit... Ja, dann nimm ich da mal ein bisschen Whisky. Oh. Oh, Bursity. Lol. Gib ihr einen Schilbraum. Genau. I failed. Na ja. Äh, warum macht er den Pinkie nicht weg? So. Glitzcrank ist da. Können wir hingehen? Er hat gewordet, ne? Nee, 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 nee. Ja, gleich mal. Na, gleich mal glaube ich, das ist bestimmt, das ist da noch rübergesprungen. Nein, du dringend. Zumindest würde mich das nicht wundern. Na. So. Glutower nicht. Gehen wir Drake. Oh ja, Drake wäre nice. Nochmal ein Steck. Mal, wie viele Stecks hat. Warwick sehe ich nicht. Gut. Ist auch nice. Ich bin so, wie nicht gold. Irgendwie ist es so lahm, das Spiel. Das hat immerhin gekillt und so alles, ne? Das kommt und fließt und geht ja. Aber irgendwie, ich bin so, so, so low. Ach. So langsam. Es ist Sonntag. Das muss man mir mal auch sagen lassen dürfen. Nein. Natürlich. Nein. Und ihm. Kommt her, Dämonen. Blutjörner. Okay. Komm her, hier. Oh, komm her, Baby. Okay. Okay. Oh, lol. Geh, du sie geh. Blitzcrank, alter. Blitzcrank hat fünf Kills. Was macht die verkackte Botlane, alter? Die Diamant-Dings, ne? Muss man sich auch mal drauf ausruhen können. Wenn die schon sagt, oh, ich bin Diamant, ich bin, ne? Flamed nicht rum hier. Und brauche dann so ne Kacke da unten. Ja, normal. Blitzcrank hat fünf Kills. Ja, gut. Rumble ist auch zu greedy. Muss unbedingt noch weiter nach vorne da. Mal weiter vorne mitmischen. Guck mal Klingensgestützten Königs. Ja, kann ich mal alles holen. Jinx, I have 0 CS. Stop pushing. Wieso? 115. Ja gut, geht höher, aber... Für die Jinx noch im Rahmen. Stop pushing. Ah, 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 mi, mi, mi. Ich will ihm mehr Kills. Ah, 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 ah. So. Mir fehlt zwar immer noch an Damage, aber... Kann ich mal slowen. Nicht immer Schlinge. Hä, wieso Schlinge? Ich hab Müge, was er hätte müssen. Verursacht 100 Mal ein Schadenfang. Das Lauftempo 2 Sekunden lang. 2 Sekunden. Okay, im Kopf haben Time. Was sind 2 Sekunden? Nicht viel. Turm zerstört. In der Mitte. Okay. Wobei, ich kann hier auch schon gleich durchkommen, ne? Ja. Oh. Geh, du sie geh. Ich hab einen Kill bekommen. Endlich. Jetzt kriegen 5 Kills. Das ist schon hart. Ansonsten danach erst Warwick mit 2. Wo, 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 wo. Ich sehe da, was da auf der Botlin abgeht. Ich nehme einen Heiltrank derweil. All dieweil. Die haben den Pinkwort nicht entdeckt. Lol. Omad. Jo, Jinx ist wieder gestorben. Jo, Jinx ist wieder gestorben. Durch den Körper. Blutrausch habe ich immerhin schon mal, aber ich habe kein Mana. Also nicht viel. Die Botlin ist echt so broken mies. I help to death. Okay. What? Bläden die? Nein, die schreiben. Wunderbar weiß ich nur. So, ich habe hier gerade klingesgestützten Königs. Warte ich das Gold noch ab? Nein. Mache ich natürlich nicht. Kann selbst Stein durchdringen. Komm schon, Mana. Jetzt komme ich schon mal los. Müssen wir nach Rektor noch. So, passt. So, die Jinx. Was hat die denn? Wie steht die denn? 1, 3, 1. Echt? Gefühlt? Oh. So. Ich habe nämlich einen übelsten Wackelkontakt mit dem. Der Sound wurde gerade saulaut. Sehr schön, die haben Toplin gefickt. Oh, doch. Ah, siehme. Ah. Mann. Warum geht die Jinx da jetzt bitte noch rein? Ich hoffe, die wird noch gefickt. Oh, no. Sag mal, ist der ein Account gekauft oder was? Ist die Diamant? Das kann sein. Ist das Bronze Jinx? Schreibt der Gegner schon, Tristana. Ist das Bronze Jinx? Ohne Smiley, ohne was? Und sie schreibt, sie grinst nur. Vor allem, das war gegen die Kombination Warwick. Eine Ulti. Das heißt, wir sind schon mal einer weniger. G-Trash-Talk-Me. Ähm. Nein. Sie versucht, dich nicht zu veräppeln. Äh. Das ist eine echte Frage. Ein Plain-Bed. Ein Plain-Bed now. Ich würd sch- Ich würd am liebsten schreiben. Wat? Come at me. I'll feed? Was? Also, was hast du hier im Platin noch? Na gut. Ich würd am liebsten. Ah. Mit am besten pushen. Good Job. Lutas, Tristana lebt und Twitch. Es stehen jetzt drei Worts alleine von mir. Möchte ich gerne mal so dem Team mitteilen hier. Weil ich kann keine Worts mehr setzen, sonst geht eins weg. Ohne Sidestone. Ja, das geht. Man muss nur klug spielen. Und die richtigen Items. Na, Gangplank baut sich sein eigenes Nest. Was ist noch was? Oh, ich hab keinen Mana! Shit! Ich wollte nur einen Kuh, ich hatte keinen Mana! Wo ist denn das Team? Jinx macht mit Buff. Ey, das ist... Oh, scheiße, mir fehlen 200 Gold. Aber dafür haben wir die mit Turm gekriegt. Danke, Diana. Die holt mir jetzt den ganzen Jungle weg, anstatt zu farmen. Oder Wards zu holen. That's nice. Jetzt hab ich auch endlich mehr Damage. Oh, mir fehlt nur noch... Ich kann die Tränke verkaufen. Haha, paar Gold. Klinge der gestürzten Könige. Ich fast gesagt, Klinge der Unendlichkeit und Klinge der gestürzten Königs. Dann als nächstes... Ach, letzter Atemzug, ne? Ist ja nicht Blitzkrank, ist kacke. Geht auf Tank. Bisschen, zumindest auf Leben und Rüstung. Gangplank, ja, wär auch nicht schlecht, dass man den mal schnell weggratzt. Ja, gegen Twitch sowieso. Aber... Größtes Sorgenkind ist Warwick. Gangplank hat gewartet da oben. Sola. 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 So. Die Kröte haben sie bestimmt. Hatten wir die verhindert? Ich schmache manchmal nicht mehr durch. Mh, jup. Alle fliegen weg. Ich bin tot. Gecrittet. Lass dich nicht von Stolz, Lenn. Äh. Hä? Na. Ne, das nicht, aber so gut wie... Ach, das Twitch-Gift. Wie gesagt, der Dator-Walk-Dor noch. Don't Face-Check. Äh. Ich hab ein Wort gesetzt, aber... Ja. Das ist aber auch fraglich. Wir fühlen ja an sich ganz gut. Jetzt fühlen wir sich in Barrel, wenn die klug sind. Dann ist ja logisch. Aber... Mit dieser Jinx. Die anderen spielen gut. Gute Kombination, guter Ausweich und so weiter und so fort. Dagegen Warwick brauchst du ja nicht One-Versus-One. Das ist, äh... Sehr klar. Oh! Liegt auf der Hand. Schade. Äh. Was soll ich sagen? Aber die... Die... Die Jinx. Why should I go in? Everyone was low. Boah, hat er recht. You could insta-kill them. Ja. Ja. Trotz, wie ist er den Boss geschafft? Jinx. Shut up. Zorn geführt zunächst. So. Ah. Ein Schlag. Wie legen wir los? Wir throwen. Naja, wir throwen ja nicht so, aber... Was heißt, wir throwen ja nicht. Wie steht's denn überhaupt? 23, 22. Wer hat die meisten Kills? Diana, 9, dann ich. Turn around. Doch, jetzt haben sie gern keinen Glauben lassen. Tolle Wurst. Wo? Vierfach! Vierfach! Yes! Fick! Jetzt hab ich die meisten Kills. Entschuldigung. Das war... Ich hatte... Ah, da war gerade... GG! Ne, das ist kein GG. Mit der Jinx war das kein GG. Niemals. Schnell... War kein GG. Gewonnen. Das ist lustig. Ich hab ja vorhin gesagt... Nö. Ne, jetzt machen wir Leute ein bisschen Pause und sowas. Aber jetzt bin ich in der Promo zu Platin 4. Was rein... Wären nur zwei Matches. Ist ja nicht jetzt so dramatisch. Wie drei Matches und dann fällst einen zurück oder verlierst einen und ne. Ob ich's mir wage? Ich denk mal schon. Gleich aufnehmen. Mal sehen. Weil es wäre einfacher, wenn ich Platin 4 jetzt bin. Durch höhere MMR, bla bla bla. Hab ich's nächste Season dann einfacher vielleicht. Nicht gleich wieder Gold zu starten, sondern vielleicht sogar knapp Platin 5 oder Gold 1 wenigstens. Umso höher bin ich ja dann drinne. Mach ich jetzt zwei Matches. Wenn ich gewinne. Oder drei. Ja. Je nachdem. Ach ja, Noob Jam. Hab ich ganz vergessen. Hat gar keiner geschrieben. Außer die Jinx. Ne, die hat auch nicht geschrieben. Noob Jam. Jee, jaja. Jo. Was kann man da sagen? Ja. Geh, du sie, geh. Nicht für mich. Ich hätte besser spielen können, aber es ist auch, wenn man sich lange Zeit von Silber muss man ja auch auf Platin umstellen. Man muss im Kopf haben, Moment, die wissen ja, dass ich warten muss. Die wissen ja, oder auch zum Beispiel dieses an der Ecke stehen da, was die Jinx nicht gerafft hat unten. Blitzcrank boardet unten in deren Busch, also über dem Turm da der Busch. Und ich bin hinten halt am Red Buff und renne immer so knapp hin und her, genau in knapp in der Sichtweite, dass die mich nicht sehen. So, nun warte ich natürlich, dass Blitzcrank reinkommt, Dichter kommt, wie auch immer, wo er rausgeflasht ist, habt ihr ja vorhin gesehen, dass er wirklich reingeht oder gerade einen grabt und dann komme ich mit dem Ulti rein. Ich habe ja noch Flash und alles, das heißt, ich bin recht flott da, aber so, dass die mich nicht sehen. Das wäre Bullshit gewesen, im Busch zu stehen. Ja, warte hier, Blitzcrank sieht mich ja überhaupt nicht. Der wäre wahrscheinlich noch der in Jungler gekommen und so weiter und hätten gefickt. Das sind solche Mini-Dinge, aus denen was kommen kann. Aber die meisten, die meisten Platin-Spieler, die ich mittlerweile habe oder was auch immer die im Bereich sind, die halt auch die Erfahrung haben, die wissen das, die checken das. So wie im letzten Spiel, das Morgana schreibt. Nee, nee, komm, komm gar nicht genken. Farm, 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 farm. Was ist der hier? Farm. Blät geben. Farm. Farm. So wie jetzt eben. War ein bisschen Glück dabei. Aber ich habe mich halt auch halbwegs gut positioniert. Wir sind auch nicht immer gut gekriegt zum Schluss. Den Baubik habe ich einfach. So, jetzt halte ich auch die Fresse. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ja.